Nachdenkseiten Die kritische Website MDR-Sendung zur Corona-Impfung Chronologie einer Löschung Ein Kommentar von Tobias Riegel Auch nach mehreren Anslagen von den Nachdenkseiten schweigt der Sender bis heute beharrlich zu den Gründen. Der MDR hat eine Sendung, die sich mit angeblichen Verunreinigungen von Corona-Impfstoffen mit Fremd-DNA befasste, wohl endgültig aus dem Programm depubliziert. Der Vorgang ist fragwürdig und das Verhalten des MDR in diesem Fall sehr intransparent. Angehängt werden hier auch Leserbriefe zum Thema, die jedoch nicht vertont werden. Im öffentlich-rechtlichen Sender MDR wurde am 12. Dezember in der Umschau ein Beitrag gesendet, der sich mit angeblich mit Fremd-DNA verunreinigten Chargen des Corona-Impfstoffs von Pfizer befasst hatte. Ein Privatlabor hatte einzelne Dosen untersucht und nach eigenen Angaben Verunreinigungen gefunden, die die Grenzwerte deutlich überschreiten. Inhaltlich kann ich zu der Frage als Laie nicht abschließend Stellung nehmen. Aber ich hatte diese Sendung im Artikel Breaking News. Der MDR macht echten Journalismus zum Thema Corona vorsichtig wegen ihrer relativ ausgewogenen Form und macht Art gelobt. Als der MDR den Beitrag einige Tage später wegen zahlreicher Fragen und Hinweise aus dem Netz genommen hatte, hatte ein Sprecher des Senders auf meine Anfrage vom 17.12. geantwortet, Der MDR-Sprecher hatte außerdem um Verständnis dafür gebeten, dass sich der Sender zu dem Vorgang vorerst nicht weiter äußern würde, weil die Redaktion die neuen Fragen und Hinweise erst einmal sorgfältig prüfen wird. Der Berliner Zeitung hatte laut einem verlinkten Artikel eine Sprecherin des Senders mitgeteilt, Das Ergebnis dieser Überprüfung wird wir transparent machen. Es gab auf die Sendung der MDR Umschau einige polemische Angriffe, unter anderem in einem hauseigenen Blog des MDR Altpapier. Der Verdacht könnte entstehen, dass auch solche unseriösen Beiträge die Entscheidung der Senderverantwortlichen mit beeinflusst haben. Auch steht die Frage im Raum, warum denn niemand die These der Sendung zu den DNA-Verunreinigungen überprüft. Könnte man hier mutmaßen, dass ein falsches Ergebnis, also eine Bestätigung der DNA-These, vermieden werden soll? Wenn der Beitrag formale journalistische Mängel oder wissenschaftlich fragwürdige Aussagen aufweist, dann müssen diese Mankos selbstverständlich behoben werden. In diesem Fall wäre es sogar löblich, dass der Beitrag bearbeitet wird, wenn er denn zurückkommt. Man muss bei der Kritik an der teils auf unseriösen Behauptungen fußenden Corona-Politik mit unbedingter Seriosität vorangehen. Die Ausdrücke vorübergehend und vorerst von Seiten des MDR waren aber anscheinend unzutreffend. In einer Richtigstellung am 21.12. hörten sich die Einlassungen des MDR dann aber eher nach einer permanenten Löschung ein. Zitat Zitat Ende Sehr geehrter Herr Riegel, Ich bitte um Verständnis dafür, dass sich der MDR hierzu nicht weiter äußert. Ich gestehe, ich habe für dieses Verhalten überhaupt kein Verständnis. Auch nach einem umfänglichen Austausch von zahlreichen E-Mails habe ich bis heute vom MDR noch nicht einmal eine Antwort auf die einfache Ja-Nein-Frage, ob der Beitrag irgendwann bearbeitet wiederveröffentlicht werden soll oder eben nicht. Es wäre schön, wenn der MDR die Bürger in dieser Frage doch noch positiv überraschen würde. Aber leider muss man inzwischen davon ausgehen, dass der Beitrag gelöscht bleibt und dass die Gebührenzahler von NDR nicht einmal die Information erhalten, was der Grund dafür ist. Selektive Sorgfaltspflicht Zum inhaltlichen Vorgang rund um die angeblichen DNA-Verunreinigungen von Impfstoffdosen haben die Nachdenkseiten auch kürzlich bei der Bundespressekonferenz nachgefragt, dokumentiert im Artikel Wieso überprüft Paul-Ehrlich-Institut nicht selbst mRNA-Impfchargen von Pfizer auf Fremd-DNA? Dazu und zum Verhalten des MDR bezüglich der eigenen Sendung hat der Journalist Norbert Hering einige interessante Artikel geschrieben, zwei davon verlinkt. In einem weiteren Beitrag befasst sich Hering mit der vom MDR ins Feld geführten Sorgfaltspflicht. Die ist ein hohes Gut, aber wenn sie selektiv vor allem bei Beiträgen betont wird, die die Corona- oder die Impfpolitik kritisieren, während sie an anderer Stelle vernachlässigt wird, dann wirkt diese Praxis verzerrend. Entsprechend hat Hering in einem verdingten Artikel untersucht, wie konsequent der MDR seine Sorgfaltspflicht bei anderen Corona-Beiträgen wahrgenommen hat. Sein Fazit Wenn auf brüchigster Datenbasis oder auf Basis von Einzelaussagen gesundheitliche Gefahren von Impfungen verharmlost oder ganz weggewischt werden, die sich später als real und schwerwiegend herausstellen, war das für den MDR nie ein Anlass für Löschung und selten für Korrektur. Nur wenn über Gefahren durch die Impfung berichtet wird, von denen die Behörden noch nicht offiziell eingeräumt haben, dass sie vorhanden und schwerwiegend sind, wird wegen Unsicherheit und nicht auszuschließender Fehler vorsorglich zensiert und gelöscht. Zitat Ende Zusätzlich zum Verhalten der MDR-Verantwortlichen bleiben die drängenden inhaltlichen Fragen. Sind Chargen des Corona-Impfstoffs mit Fremd-DNA verunreinigt? Ja oder nein? Behauptungen in dieser Richtung gibt es nicht nur in Deutschland. Warum entkräften oder bestätigen die in Deutschland für solche Fragen zuständigen Einrichtungen nicht endlich diese These? Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.